Und nun wieder Star Trek Spanner Space Nine. Sie hat uns gesehen! Warp-Geschwindigkeit! Mom ist mit der Wäsche fertig. Hilfst du zusammenfalten? Nein, aber ich sag dir was. Du ziehst jetzt ihren BH an. Das will ich nicht. Wirst du aber. Alle haben gehört, was in der Creme passiert ist und wie diese Jungs euch erniedrigt haben. Ähm, okay. Genau, du Muschi. Weißt du, wie ich das sehe? Ich bin jetzt hier der Mann im Haus. Was bedeutet, dass sich hier einiges verändern wird? Das ist nicht sehr bequem, Chris. Mein Rücken tut mir weh. Ich glotze bloß an die Decke. Schnauze! Ich hab Veränderung versprochen und ist durchgezogen. Mann, diese Reise zu machen war eine ziemlich schlechte Idee. Ja, ich wäre besser zu Hause geblieben und hätte mein Remake von Alles steht Kopf gemacht. Ich bin Freude. Ich bin Kummer. Ich bin Wut. Ich bin Ekel. Ich bin Durchfall. Ich glaub, ich muss unbedingt aufs Klo. Ich hab gewonnen! Hallo Spieler. Willkommen in meinem Escape Room. Für die, die noch nie gespielt haben, das Spiel ist einfach. Ihr werdet alle in identische Räume gesperrt und löst dort eine Reihe von Rätseln anhand der Hinweise, die im Raum versteckt sind. Die erste Familie, die entkommt, hat gewonnen! Ähm, äh, äh, gibt es Bruchrechnen? Mir wurde gesagt, ich muss nicht Bruchrechnen. Wer auch immer das gesagt hat, hatte halb recht. Hä? Ich weiß, was einige von euch denken. Ja, ich sehe aus wie ein Mann, der zahme Ratten besitzt. Ja, ich besitze tatsächlich zahme Ratten. Ja, die haben mir ein paar meiner Zehen abgefressen. Ja, die Ratten sind verschwunden. Ja, dieser Vortrag hier wird per Video aufgezeichnet und enthebt mich jeglicher legalen Verantwortung, falls die eben erwähnten Zehen fressenden Ratten die Zehen der hier anwesenden anknabbern, abbeißen oder verstümmeln sollten. Ja, das hat vor Gericht schon funktioniert. Ja, das ist die schräge Ansprache, die in unseren Internetkritiken erwähnt wird. Aber was am wichtigsten ist, viel Spaß! Und nun zurück zum Ende eines deprimierenden 70er-Jahres Science-Fiction-Films mit einem Typen im Rollkragenpulli. Das dürfte weit genug sein. Ich glaube, dass wir hier vor der Firma sicher sind. Edson, sieh nur! Das kann nicht sein! Nein! Wir werden die Firma niemals besiegen können! Sie hat gewonnen! Es gibt einen Ausweg, Edson. Du kannst dich selbst erschießen. Wenn es der einzige Weg ist, muss es sein. Was machen Sie als nächstes, Brian? Ich werde heute Nachmittag im Barnes & Noble Buchladen die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs von Deepak Chopra signieren. Herzlichen Glückwunsch, Brian, und danke für Ihren Einsatz. Als nächstes reagiere ich sehr verklemmt und merkwürdig, wenn der neue gutaussehende Praktikant mir meinen Kaffee bringt. Und da ist Jeremy mit meinem Bohnensaft. Das ist die Pfoten von meiner Frau, du Drecksack! Peter, was soll denn das bedeuten? Ich sag dir, was das bedeutet. Das hier bedeutet das! Idee für einen Film. Flopkop. Ein Bulle, der nie ein Verbrechen löst. Das war nichts. Wie ihr ihr klaut das? Vorspielen wollte ich das! Ich will Lois! Sie ist perfekt! Ich liebe sie schon seit Jahren! Flopkop. Könnte funktioniert. Aber als sie mir einen Modeljob angeboten haben, dachte ich, das sei echt. Du bist ein echtes Model und du könntest unser nächster Star werden. Wirklich? Na, ich weiß nicht. Du wirst berühmte Leute kennenlernen, wie den ehemaligen Basketballspieler Charles Barclay. Hi, Meg. Du hast süße Fusis. Ich möchte sie mir beide in den Mund stecken und dann will ich sie mir auf meine Glatze klatschen. Wir haben ein Betäubungsgewehr hier. Großartig! Hey, danke für eure Hilfe, Jungs. Wisst ihr, es gibt nur zwei Dinge, die ich hier im Leben tun wollte. Es meiner Schwester zeigen und zu Chicos Affenfarm fahren. Wir haben geöffnet, solange es gut geht. Waxed first. I want you to make it look like Caillou. Sieh mir nur darum, den Leuten zu helfen, so wie Doc Martens. Und? Wie fühlen wir uns heute? Grauenvoll. Ich habe Sehstörungen, mir ist kalt und gleichzeitig schwitze ich. Und die Schwester sagte mir, es ist Blut in meinem Stuhl. Haben Sie schon versucht, einen Lesbenschuh zu tragen? Was? Schreiben Sie diesem Mann ein paar Lesbenschuhe auf. Ha, hohes Fieber, Gewichtsverlust und extrem starke Atembeschwerden. Intubieren wir den Mann und statten ihn mit ein paar Lesbenschuhen aus. Hey Kumpel, was ist los? Ist sie weg? Ja, ich bin frei, Peter. Ich habe Chamise gesagt, dass ich schwul bin und sie hat einer einvernehmlichen Scheidung zugestimmt. Das ist brillant, Quagmire. Genau das Gegenteil von dem, was Hugh Jackman macht. Auf schwul machen, um aus der Ehe rauszukommen. Ach, Gott sei Dank. Da habe ich echt voll ins Klo gegriffen. Was habe ich mir dabei gedacht? Ach, jeder macht mal Fehler. Sogar Ärzte. Du hast nicht Achtung gesagt. Und jetzt entschuldige mich, ich habe hier im Auto noch eine halbvolle Dose warmes Bier, mit der ich durch die Gegend gefahren bin. Du mich auch, du Sau. Ich bin nicht der klügste Mensch der Welt, aber ich kann immer auf mein Leben zurückblicken und sagen, ich habe es durchgezogen. Oh Gott. Gott? Ja. Und keine Fragen zu Trump. Okay. Andere Fragen habe ich nicht an dich. Oh, eine Nachricht von Joe. Hey Cleveland, ich wollte dir nur sagen, dass Peter jetzt eine Peitsche hat. Wenn man an deine ethnische Herkunft denkt, ist das vielleicht etwas, was du im Auge behalten solltest. Gratis Pizza. Ich weiß, dass das riskant ist, aber die Verlockung ist so groß, dass ich aufmachen werde. Ah, Italien. Es ist neun Uhr früh und ich habe schon acht Typen zweimal geküsst. Wieso guckst du du andere Babys an, hä? Wieso zwingst du mich dazu, Ruperto? Ich will das nicht tun. Ich weiß, wie gern du hier bist, aber auf dem Fahrrad rumfahren bezahlt die Rechnung nicht. Und die Kinder lernen überhaupt nichts auf dieser italienischen Schule. Sette diese dicken Dinger an, hä? Ratatatata, ratatatata, ratatatata. Ist das Algebra? Ich weiß nicht. Ratatatata. Gut, wollen wir mal mit Ihrer Hochzeitsliste anfangen? Ja, ähm, ich würde meine Küche gern so ausstatten, als wäre ich der tollste Koch der Welt, obwohl ich noch nie gekocht habe. So machen wir es immer. Okay, gut. Fangen wir an mit Töpfen und Pfannen mit Kupferboden für neun Riesen. Das ist mal ein knackiges Poporchen. Dad! Was? Tu nicht so unschuldig, du weißt es genau. Ich bin vielleicht dein Gatte und dein Dad, aber ich bin auch ein Mann. Au, das ist der Hammer. Ich war nicht mehr im Fernsehen, seit ich mit dem Reizdarm bei der Bachelorette war. Derek, es war ein magisches Wochenende mit dir. Du bist wirklich etwas ganz Besonderes. Und deswegen habe ich beschlossen, dir... Entschuldige, weißt du schon, ob ich ne Rose bekomme? Dazu kommen wir noch, Peter. Derek, deswegen habe ich beschlossen, dir diese Rose zu geben. Evan, deine softere Seite kennenzulernen war wirklich ein... Entschuldige, ich nerv dich nur ungern, aber weißt du, ob ich ne Rose erhalte? Denn wenn es eine weitere Verzögerung gibt, wird, glaube ich, was passieren, was mich für ne Rose disqualifizieren wird. Und es ist gerade passiert. Lebe wohl und danke, dass du mich den ganzen Tag mit Shampoos und Schrimps gefüttert hast. Wir müssen umschalten. Ich habe meiner Freundin Joyce versprochen, heute Nachrichten zu schauen. Channel 5 ist für Sie da. Sind Sie in Not? Ist hilfenah? Mit Wetter, News und Sport sind wir für Sie vor Ort. Wir stehen Ihnen bei. Channel 5 Gott, hierher zu kommen, war eine schlechte Idee. So wie Museumsbenehmen zu Hause einzuführen. Verzeihung, wir möchten Sie bitten, hier nichts anzufassen. Ich weiß, deinen Einsatz zu schätzen, aber ich kann nicht euer Bürgermeister werden. Aber Wild West, wir brauchen Sie. Tut mir leid. Und jetzt komm gut nach Hause. Shuddersock Music Shuddersock Music Shuddersock Music Shuddersock Music Shuddersock Music Shuddersock Music